Hey ihr Hieschen, ich begrüße euch recht herzlich zurück zum Let's Play Life is Strange, True Colors. Ethan ist ins Gebirge gegangen, obwohl dort heute Sprengungen durchgeführt werden. Wir müssen zu sehen, dass wir ihn da rechtzeitig raushauen. Alex! This way. Wow, been a while since I was up here. Should I be, I don't know, freaking out right now? Hey, in my experience, freaking out is almost never advisable. Any luck? Touch base with the safety team up at the site. They're gonna postpone tonight's blast until we find them. Blast his head. At least we're not racing the clock. Hey, you good? Charlotte's gotta be losing it right now. Hey, she's tough. Always has been. Come on, let's take a look around. This kid. Can you imagine the shit we would have caught from dad if we'd done anything like this? I should have said something earlier. I didn't. I mean, when he said he was going to the old mine- Alex, it's fine. You couldn't have known. It's not your fault. Yeah, still though. I'm gonna go take a look around. Let me know if you spot any sign of Ethan. Sure. I can do that. How was Ethan planning to get into the mine? No. 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 Super no. Hahaha. Sind Sie bereit für die Arbeit? Tragen Sie einen Schutzhelm? Arbeitsstiefel mit Stahlkappen? Robuste Handschuhe? Reflektierende Kleidung? Eine positive Einstellung? Hahaha. Super no. Oh, klasse. So. So, was ist mit der Vordertür? Cool. A murder barn. Hahaha. Ich weiß nicht, ob Geigenhumor jetzt an der Stelle angebracht ist, aber ich finde es lustig. Privatkommstück-Hinweis. So wieder? Betreten verboten dieses Gelände ist Privatkommstück der Typhoon-Mien-Gesellschaft. Nur autorisiertes Typhoon-Personal ist zugelassen. Die Verstöße werden strafrechtlich verfolgt. Das ist ja nett. Ich kann übrigens nicht schneller laufen, das ist das Maximum, was jetzt gerade geht. Ah ja. Ich vergesse jedes Mal, dass ich mit LT hier die Stimmung lesen kann. Äh... Julie McNamara... Rasa is a fucking Skank. Okay. Maybe Julie McNamara doesn't need your approval. Hahaha. Könnte man annehmen, ne? Dass das nicht erforderlich ist. So. Okay. Das sieht nach einem sehr rudimentären Bagger aus. Hier hat man irgendwie das Verdeck vom Führhäuschen vergessen. So. Ein Abbauhammer. Man kann sie definitiv als Mordwaffen einsetzen. Was ist da los? Hey, Bro. Wanna get wasted at the old mine? So, das ist ein Zombie. Hä? How is the rubber zombie the least creepy thing out here? Gummizombie. Okay. Ein Kreis? They were gonna set off charges tonight. Thank God Gabe got a hold of them. Typhoon Minengesellschaft. Sprengungsankündigung geplante automatische Sprengungen. Datum Sonntag 28. April 2019. Zeit 21 Uhr. Vor der Detonation werden in Gebieten im Sprengungsbereich Warnsirene zu hören sein. Betreten Sie den Sprengungsbereich nicht. Nicht. Äh, Genehmigung Nummer R 555. Okay. Äh. 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 Geht's vermutlich sowieso nicht weiter, da gibt's noch einen Innenwagen. Geht's mir auf den Weg! Wahrscheinlich nicht so toll wie sie in fahren sind. Aber Sie sehen sich dort ab. Es geht um den Weg. Ach, tatsächlich, nicht! Eine gravierende Tafel? Als Ethan der Insel culinary wird, ich habe einen, auch. Wir trinken auf das Wohl von Jet Luke. der uns hier am 30. Dezember 2008 aus der Hölle gezogen hat. Basically bought Jed the Black Lantern. Okay. Bingo. Same logo. Did Ethan base his comic on this place? Okay. Okay. If the wall is an illusion. The wall is behind the wall. Nothing obvious. Maybe we should... Notice anything? Was he said? No shit. I'll be damned. The whole story is about Ethan's character breaking into a monster stronghold deep underground. Sounds like the mind of me. Does it show where he went? Not sure. The comic ends with the monster hunter climbing a watchtower, which shows him where to go. There. The silo. I bet that's the tower. That's where he went. You're a genius. Yeah. Great find, Alex. Gabe, you wanna take a crack at unlocking that gate? I'm on it. We should also be able to get to it through the processing building. If we can find a way in. Let's take a look then. Okay. Ethan based his comic on this place. Maybe I should compare his drawings with other stuff in the area. Mhm. So. Gucken wir nochmal. Also der Minenkarren kommt auf keinem einzigen Bild vor. Mal ansatzweise. Da gibt es, ja, was ist mit Knochen, also mit irgendeiner tierischen Wirbelsäule abgebildet. Das könnte ein Seil sein. Oder ein Brett. Treppen. Ja. Auf alle Fälle habe ich den Zombie auf dem, in dem Comic gesehen. So if the zombie is here, then... If Ethan really followed the path in his comic, finding him just became a lot more doable. Hmm. Is das hier... Was auf dem Ventura? Wait, so... Did Ethan... Oh man. I think there's like a... Side door back there? I don't know. You can guess there might be. Gimme a hand. Okay. See you so. You figured that out from a comic book. Ja, jetzt wollte Ethan, dass man ihm folgt. Mhm. Mach mal. Ethan must have come through here. Mhm. How did he get out? Have I got some good news for you. Hm. Die Gela... äh... Die Gela ist es. Mhm. So. Also. Er ist dann hier reingegangen. Dann ist er eine Treppe hochgegangen. Am dessen Ende er dann... ...eine Art Übergang gefunden hat. Oh, sorry. Oh, sorry. We're helping you. Kinda wanna push all the buttons. Also... Kinda scared to push any of the buttons. Mhm. Bingo. Ethan must have gone upstairs. Pretty sure Ethan climbed these stairs! Not sure... Ich hab' den Text abgepasst. Ich hab' den Text abgepasst. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Schick, schick. Ich hab' den Text abgekommen. Oder doch? Okay. I'll stay out. But not because you told me to. Wasn't in the comic. Mhm. Caution when ascending to top level. Cardwalk. We passed caution like an hour ago. Mhm. Dann gehen wir mal weiter hoch. Okay, über die Bodenplatte, da wurde ich drüber. Not in the comic. Das ist doch besser so. Da hätte ich jetzt nicht balancieren wollen. Okay, wir haben hier ein Fenster. Ja. Ähm. Es sieht ein bisschen rund aus, aber nein. Ich denke nicht wirklich, oder? Ja, das Förderband. Oh, das Fenster kann ich mir trotzdem mal angucken. Der Silo. Wir sind nahe. Mhm. Das erinnert mich an das Snake-Thing in Ethans Comic. Jo. Aber du bist auch so ein Schlangen-Ding. Das ist ein Drachenrücken. So. Er hat sich auf irgendwie die Kante gestellt. Ist dann da draufgeklettert. Und dann das Förderband entlang. Rüber. So ein Gebäude. Hm. Ethan hat den Rumpf von hier zu dem Konveyor-Belt. Uff. Ich denke, ich werde einen anderen Weg finden. Ah, das geht. Machen wir. Ich denke, ich habe den Konveyor-Belt auf den Silo. Yikes. Wortschreit. Mhm. Heads up! Oh, das ist ein Blink. Okay, das ist ein Blink. Okay, das ist ein Blink. Ja. Ja. Turns out you gotta open it. Who knew? Hehehe. Warnungsposter. So, this place was a death trap when it was operational too. Cool. Cool, cool, cool. Hehehe. Nicht auf dem Förderband stehen. Auf einem sich bewegenden Förderband zu stehen und oder davon transportiert zu werden, kann zu Verletzungen oder Tod führen. Die Typhon Minengesellschaft haftet nicht für medizinische Kosten, die dadurch entstehen, dass Angestellte die Förderbänder inkorrekt benutzen. So. Gut. Wir haben die Tür geöffnet. Dann wird das vermutlich unser weiterer Weg dann raus sein. Mich fokst du ein bisschen, dass wir so langsam sind. Hi. Hi. Scary old building. Please don't collapse while we're inside you. Thanks. Hehehehe. Ich mag sie, sie ist trollig. Wasn't in the comic. Ich kann ein kleines bisschen mehr Schub geben, indem ich hier die AT-Taste drücke, aber... Uh. Tote Kräer. Jeigs. Let's hope omens aren't really a thing. Vielleicht kommt Alfred Hitchcock um die Ecke und erzählt uns was. Matratzer, wer hat hier geschlafen? Ugh. Worse than sleeping on the ground. Hehehehe. Overalls? So much stuff just left behind. Mhm. This thing has seen better days. Thanks for nothing, giant yellow button. So, Ryan? Ryan seems like he knows what he's doing. Glad he's here. I hope Alex is right about this comic thing. We're burning minutes here. I hope so too. Well done. What took you so long? You never forget how to break a lock. It's like riding a bike. Hehehehe. Where to next, Alex? Hello. YouTube orateds were worth it during the decision and the objective in order. Okay. Mhm. Dieses Leuchten über den Gipfel hinaus, das muss der Hintereingang der Festung sein. Mafia We close? I think so. Ethan! 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 Ah, da kriegst du nen Zuck in der Hand. Ethan! Alex! I'm scared! Ethan, I'm coming for your buddy! Wait. Hold on. Ethan? You okay? Don't worry, we're gonna get you out of here. Just hang on. Stop! Don't, 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 don't! His fear is so strong. If I get near it... It's no good. We're too heavy. Alex is vielleicht leichter. Shit. What about me? Alex? Are you sure? Remember how I taught you how to anchor a belay? Awesome. Show me. Also an Alex ist schon klar, aber wo sonst? Wo ist, wo ist der Gegenpunkt? You okay? You okay? Yeah. Yeah, I'm alright. You sure? It's okay if you're not. No, I'm good. You know, I actually believe you when you say that. Alex, can you make eye contact with me? I'm gonna tie this rope around your waist. The other end is tied around your brother. He'll use that stump as a fulcrum. The feed rope your direction. Follow? So far. Awesome. You're doing super good. Remember, slow is steady. Steady is fast. Okay, ich möchte jetzt nicht an ihrer Stelle sein. Kinderspiel. Piece of cake. It's done. Run, Mama. Hang on, Ethan. I'm coming. You got this, Alex. Go back! You'll get hurt! I'm not gonna get hurt, and neither are you. You're too long. Doing great, sis. Real close. Just a little further. Hey, Ethan. I'm here to help. Okay? No! Get away! Shit. It's too much. I have to get him to chill out. Okay. Ethan, I need you to calm down. Can you breathe for me? I should never have come out here! I was so stupid! Okay. Hey. Focus. Talk to me. You wanna tell me how you got out here? I was trying to cross to the other side. A log fell. Okay. That's fine. That's okay. Let's talk about what comes next. Gabe's got us. We're not gonna fall. He's got the other end of the rope. No. I can't move. If I move... You're not gonna fall, buddy! It doesn't matter! I'm not still closing. He's not making any sense. I need him to calm down. We can't stay here, Ethan! We have to... It'll see me! If I move, it'll see me! What's gonna see you? You don't understand. He's right. I don't. I can't help him if I don't understand what he's afraid of. And the only way to understand is to feel what he's feeling. Oh, fuck. I can't believe this is happening. What? I can do this. I can do this. Shit! 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 Shit. Shit! 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 It's like I'm seeing the world through his eyes. Shit! Shit! Ich könnte das Monster sein, aber es ist nicht mehr. Ich bin nicht nur fühlt, wie Ethan fühlt. Ich bin sehen das Welt, wie er es sieht. Ich bringe all diese Sachen. None of es will save mich. Sie will save me. Nein, Gordon wouldn't be afraid, but he's just a storm. This is real. Okay, he's not afraid of the fall. He's afraid of... Oh shit. Can't let it see me. Can't let it see me. Okay. It can't be real. Oh, but it looks pretty fucking real. Hey. Hey, I see it too, Ethan. The Monster? I see it too. And I'm just as scared as you are. But Ethan, we're safe. You know why? It can't see me. Bangla vanishing, just like Knife Warden. I thought that was just a story. Well, some stories are true. Like monsters. So, you're gonna hold my hand, alright? As long as you're touching me, you're safe. But if that's all. It's a bit harder. That's really exciting. Don't look down, okay? We'll be done before you know it. Das war's für heute. I'm still really scared. Yeah, me too. But we can do this, one step at a time. Okay. Okay. Do you think the log will break? Don't worry. I got all the way across before, remember? It could still break! Shit. Let's go, let's go, let's go. Das Monster kann ich nicht sagen. Wir haben denen eigentlich keine Inwarnung gegeben, aber pünktlich genug, fangen sie an zu sprengen. Das ist ein Kabel, da wäre das hier. Oh, fuck. No! No! Get out of me! Get out of me! Get out of me! No! What the fuck? What the fuck? Oh, fuck. Okay, the decisions. Alex hat Ethans Pläne für sich behalten. Alex hat sich aus Meg und Rileys Streit rausgehalten. Alex hat Gabe von ihrer Kraft erzählt. Alex hat Gabe auf der Brücke umarmt. Alex hat Riley ermutigt, in ihrem Gespräch ehrlich zu sein. Bitte entsperre dein Gerät. What? 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 Alex setzte dem Gartenzwerg eine Sonnenbrille auf. Alex hat sich dem Plattenladen ein Lied angehört. Alex hat Ryan gesagt, Gabe sei krass. Alex hat mit Gabe auf der Besengitarre abgerockt. Alex hat Spuren von Gabes Suche gefunden. Alex war sich nicht sicher, was sie von Haven erhält. Alex? Alex hat Gabes Geschichte zugestimmt. Alex hat Gabe gesagt, sie liebt die Gitarre. Jet war von Alex Arbeit als Kennerin beeindruckt. Steph hat gegen Alex im Jukebox Spiel verloren. Mein Gott. Riley und Max sind noch zusammen. Ducky konnte seinen Lieblings Whisky trinken. Gut. Und damit würde ich sagen, beende ich die Folge an der Stelle. Ich bedanke mich sehr vielmals fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über Likes und auch Kommentare freuen. und ebenso würde ich mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Life is Strange True Colors dann wiedersehen. Wo es dann mit der zweiten Episode weitergeht. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Oh, is crushing my ribs still part of the promo call? It's just so good to see you again. I can't believe you're here. Believe it. Here. It's not my place, Matt. You really need to talk to your girlfriend. I'm talking to you! I'm talking to you! No! 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 Oh no, that shit is not easy Waiting for you on the set Oh no, that shit is not easy Beef pie special, watch the gravy Jack, you didn't have to Now Ryan said you're skipping dinner No starving artists on my watch I do have to get going I'm making some pizzas for the spring festival And they have to be done tonight Sorry I couldn't talk longer That's okay No shit, I'll be damned The whole story is about Ethan's character Breaking into a monster stronghold Deep underground Sounds like the mind of me Does it show where you went? Not sure The comic ends with the monster hunter Climbing a watchtower Which shows him Okay He's not afraid of the fall He's afraid of Shit Can't let it see me Can't let it see me It can't be real Oh, but it looks pretty fucking real Hey Hey, I see it too, Ethan The monster I see it too And I'm just as scared as you are But Ethan We're safe You know why? I know why You feel me You can walk in a heavy kiş' light You can walk along You're feeling alright In a heavy kiş' light Untertitelung des ZDF, 2020